So, dann noch ein Lied für die jungen Leute hier. Geht um Flachbeschädigung. Ihr könnt eure Lernflaschen da abgeben oder da durch die Tür werfen, solange sie geschlossen ist. Kann man für Anstiftung auch schon eingesperrt werden? Was sie mit Pisse an die Häuser malen, dann werde ich niemals unterschreiben. Was sie mit weißer Pfade an Bürogeweine schmiert, ist nicht, was ich mir überlegt hab. Was ich mit der Schilder weiterklären bin, das hab ich leider nie verstanden. Damals schlau ist auf der Schultür letztlich stand, hab ich mir leider nie gemeint. Was sie mit weißer Pfade an Bürogeweine schmiert, und wenn sie auch mit ihren Freunden drin sind. I'd really like the wall. Spray pain the wall, don't stop breathing. I'd really like the wall. Spray pain the wall, spray pain the wall. I'd really like the soul I'd really like to live. Aber wir müssen das Wort, wenn der Kind los ist. Brake Hanger Wars, don't stop believing. Brake Hanger Wars, don't stop grieving their lives. Brake Hanger Wars, don't stop grieving. Brake Hanger Wars, Brake Hanger Wars, Brake Hanger Wars, Wars. Brake Hanger Wars, Brake Hanger Wars. Brake Hanger Wars, Brake Hanger Wars. Geiler Pulli, Kajani.